Warte kurz, ich häng hinter so nem Fettsack fest, der viel zu langsam fährt. Na los, du Arsch, fahr zu! Warte kurz, Quagmeyer, mich hat eben so ein Sack von hinten angehubt. Zeig ihm den Mittelfinger. Der Fettarsch hat mit dem Mittelfinger gezeigt. Schieb ihn dir in den Arsch, du Scheißer! Warte kurz, Quagmeyer, ich muss den Typen fertig machen. Und ich muss den Typen fertig machen. Ich ruf dich nach der Prügelei wieder an. Ja, ich auch. Viel Glück dabei. Dir auch.